Endlich geht es los. Das erste Testspiel der Saison steht an für Fortuna Köln. Der Gegner heißt Sportvereinigung Ports und man hat gleich etwas gut zu machen. Es ist schon das vierte Testspiel für den Landesligisten. Das dritte Testspiel gewann man mit 3 zu 1 gegen die U19 von Fortuna Köln. Also hat nun die Mannschaft von Alexander Ende jetzt die Gelegenheit, sich für die Junioren zu revanchieren. Die Südstädter in schwarz-rot von rechts nach links mit Owosu, wuselig, Maiko Wosu durch die Abwehrreihe von Ports und durch. Der 26-Jährige hier mit der Chance, bleibt auch direkt im Fokus. Wunderbarer Distanzschuss, oben link ins Eck, unhaltbar das 1 zu 0 für Fortuna Köln. Die Mannschaft von Jonas Wendt hier kalt erwischt. Wir sehen es nochmal in der Wiederholung, wie gut dieser Treffer von Owosu war. Sieben Tore hatte er in der vergangenen Regionalliga-Saison erzielt. Davon gerne mehr. Weiter geht's mit Fortunas Powerplay. Diekmann Batterilo, Neuzugang von Alemania Aachen und Demai, Leon Demai, erste Gelegenheit für den Mittelstürmer. Auch er ist neu und kommt von den Sportfreunden Lotte. Soll demnächst öfter gesucht werden im Bongo. Owosu, wieder Demai-Riesengelegenheit. Den muss man erstmal so vorbeihauen. Per Kopf aus kürzester Distanz. Weiter geht's. Eckball Kegel. Und jetzt ist er drin. Beim dritten Versuch. Leon Demai. Jetzt macht das. Auch per Kopf funktioniert. Das war aber wunderbar vorgelegt. Der Eckball von Kegel passt genau auf Löhnen. Der verlängert. Und auch wenn das nicht gut verteidigt ist. Demai steht goldrichtig. Zeigt dir seinen Riecher. Und damit auch folgerichtig. Das 2 zu 0 für Fortuna Köln. Oft kann Jonas Wendt nur zusehen, was seine Mannschaft da defensiv fabriziert. Der Klassenunterschied deutlich spürbar. Auch bei der Situation von Osten. Die letzte Szene vor der Pause bleibt. Der Halbzeitstand 0 zu 2 für Fortuna Köln. Ein verdientes Ergebnis. Aber die Chancenauswertung soll besser werden im zweiten Durchgang. Weiter geht's. Wieder mit der Fortuna. Noch keine Offensivaktion. Der Gastgeber. Osten. Guter Steckpass für Naja. 0 zu 3. Suhail Naja trifft Cunic. Und Mikhail sind beide zu spät. Können den Treffer nicht mehr verhindern. Er kam ja im Januar 2020 aus Höhenberg von der Viktoria zu Fortuna Köln. Aber das eigentlich Bemerkenswerte bei diesem Tor hier ist, Naja ist eigentlich Linksfuß und macht das filigran und wunderbar mit dem rechten Fuß. Auch wenn der Pfosten da ein bisschen mithilft. Und er bleibt gleich im Zentrum der Partie. Wieder Naja an Cunic vorbei. 4 zu 0. Das sieht fast schon wehrlos aus, wie sich Porz da hinten präsentiert. Aber kein Vorwurf. Das ist eine Mannschaft, die voll im Saft steht. Jetzt ihr erstes Spiel bestreitet und natürlich hochmotiviert ist. So wie auch Naja bei diesem Treffer routiniert, macht er hier das 4 zu 0. Der Deutsch-Tunesier macht ein Riesenspiel. Auch hier wieder im Ballbesitz. Lässt sich nicht trennen. Und dann die Flanke für Harifi. 5 zu 0. Fulminant. Und auch wenn der Mittelstürmer dann nicht wirklich in Bedrängnis gerät, um das vorsichtig auszudrücken, auch erneut Zugang ehemaliger U17-Nationalspieler Marokkos hier vollkommen unbedrängt. Der Kopfball ist nicht unbedingt gut, aber wird nicht pariert. Kam neu von der U19, von Borussia Mönchengladbach hier nach Köln. Nächster Standard, wieder ist es Naja, der den Ball reinbringt. Und erneut ist er drin, nicht zu fassen. Jan-Luka Rumpf mit dem 6 zu 0 der Innenverteidiger. Und gebürtige Wiesbadener per Kopf auch hier die Gegenwehr zumindest nur begrenzt zu spüren. Aber auch das irgendwo verständlich bei dem Pensum, das Porz in der Vorbereitung in den vergangenen Tagen und Wochen hingelegt hat. Und Marke, guter Ball für Hanafi. Gut gespielt, Ubabuike muss fast das 7 zu 0 sein. Der Außenstürmer bringt den Ball allerdings nur an den Pfosten. Nächste Szene, wie so oft wieder so hier in Naja beteiligt, wird zu Fall gebracht von Thomas Mikkel, dem Kapitän. Der Schiedsrichter hat keine Wahl, pfeift auf Elfmeter. Und da ärgert sich der Kapitän, dass er hier so unnötig den Elfmeter fabriziert. Sascha Marke macht ihn zum 7 zu 0. Er ist zurückgekehrt zu Fortuna Köln. Hat ja schon ein Jahr von 2014 bis 2015 hier gespielt. Dann ging er zu Steinbach Heiger und jetzt sein Geschenk zur Einwechslung kam nämlich vor der Back. Und dann noch das 8 zu 0 Hanafi, der auch ein super Spiel machte mit dem Abstauber nach dem Ball von Timo Hölscher. Es ist sehr komfortabel, es gelingt alles bei Fortuna Köln, weil auch hier wieder viel Platz im Zentrum ist. Und Hanafi muss den Ball nur noch am Keeper vorbeischieben. Nochmal die Chance für Marke hier auf 9 zu 0 zu erhöhen. Aber das wäre vielleicht auch eine Nummer zu viel gewesen. Ansonsten ein schöner Auftakt für Fortuna Köln. Wir hören jetzt Alexander Ende, den Trainer, bei Fabian Basdorf. Ja, erster Aufgalopp nach einer Trainingswoche. Sehr zufrieden, gutes Ergebnis, viele Torchancen rausgespielt. Themen aus dieser Woche, Ballbesitz, Torchancen herausspielen. Gut umgesetzt, keiner hat sich verletzt. Also rundum zufrieden mit diesem ersten Test. Ja, viel ist sicherlich nicht schiefgelaufen für Fortuna Köln. Bald muss man sich aber auch bei höheren Aufgaben empfehlen. Der nächste Gegner heißt erster FC Köln.